Ja, das Fazit. Ich glaube, wir haben es ganz gut gemacht, auch wenn wir in der zweiten Halse ein bisschen schlaffützig waren. Mir geht auf jeden Fall gezeigt, dass sie Qualität haben, aber wir haben den Vorsprung ausgebaut, behalten dementsprechend den Tabellenplatz. Da, wo wir auch hingehören, bin ich der Meinung. Wie schon sagt es, 2-4 verloren. Deswegen Fazit, nicht positiv. Wir hatten uns was anderes vorgestellt. Das war mit der Halbzeit eigentlich oder mit der ersten Halbzeit fast schon erledigt. Da haben die Jungs das nochmal zweite Halbzeit ganz ordentlich gemacht. Aber wenn man die erste Halbzeit so gestaltet, wie wir es gemacht haben, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man in Dassendorf auch mal 4-0 zurücklegt. Ja, muss man natürlich. Klar, wir haben viele Themen, die wir ansprechen müssen, die einfach nicht gut gewesen sind. Das sind auch Themen, die sich teilweise immer wiederholen. Das haben sie die zweite Halbzeit besser gemacht. Trotzdem haben wir 4-2 verloren und Enttäuschung ist riesig bei jedem Einzelnen von uns. Und das wird wahrscheinlich auch ein, zwei Tage dauern, um das wirklich auch so zu verarbeiten. Das Erfolgsercept ist ganz einfach, dass wir alle unser Team sehen, jeder für jeden kämpft, arbeitet, gute Geschlossenheit innerhalb des Teams haben, drumherum im Management. Das passt alles ganz gut und das spiegelt auch dementsprechend auch unsere Leistung, glaube ich. Und ja, klar, diese Spieler, die wir in den Reihen haben, haben super Qualität. Auch Vicky hat super Qualität, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz gewinnt die Mannschaft. Das ist ganz wichtig. Wichtig ist, dass elf Spieler oder alle, die auf der Bank sitzen, an einem Strang ziehen und klar wissen wir halt, welche individuelle Klasse wir haben und dass das auch immer so ein Spiel entscheiden kann. Gar keine Frage, ja. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe jetzt auch im Kreis nichts Großartiges gesagt. Deswegen, das muss ich mir auch noch überlegen. Keine Ahnung, was mir da noch einfällt. Wie gesagt, ein paar Themen müssen wir ansprechen zum wiederholten Male. Ein paar Themen müssen wir ansprechen, die wir gut gemacht haben, darauf aufbauen und wie es aber im Detail aussieht, dann jetzt nächste Woche, kann ich jetzt noch nicht sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK TV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.